So Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute seht ihr einen Win aus dem Livestream von Twitch von vor 2-3 Tagen. Ja, ich habe jetzt vor, öfter zu Livestream folgt mir deshalb bei Twitch. Wichtige Ankündigung Leute, am Freitag, jetzt übermorgen, kommt das 10k Abos Special. Das wird ein Livestream sein, 12 Stunden, ich habe ja auch eine Abstimmung gemacht. Der Livestream wird aber auf YouTube sein, weil 90% haben für YouTube gestimmt. Alle anderen Streams nach diesem Stream werden auf Twitch sein, deswegen folgt mir bei Twitch. Und seid bereit, am Freitag, ab 14 Uhr werde ich 12 Stunden lang streamen. Ich werde mit Abonnenten zocken und ganz viel Quatsch machen. Freitag, übermorgen, um 14 Uhr für 12 Stunden. Kommt auf jeden Fall in den Stream und ich werde versuchen, mit möglichst jedem zu zocken, der da kommentiert. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Vergiss nicht, meinen Creator-Code einzugeben. Digga, was haben die schon für Loot, Alter? Meint ihr, ihr merkt, dass ich hier bin? Was macht der da? Oh, Digga. Hm. Ach, Digga, man kann hier nicht bauen. Oh, Digga. Ach, Digga. Äh, streamst du manchmal auf Twitch? Ich kann gerade nicht auf den Chat achten. Ich... Ah, wir haben einen neuen Follower. Ehre, Mann. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Äh, Creator-Code-Ball-Game-Shop. Danke, meine Baby. Du bist besser als Ninja. Äh, okay, Bobby, nimm mal Anfrage an. Lass mal zocken. Äh, ich hab Anfragen, glaub ich, leider ausgestellt. Es leben nur noch 16 Leute. What the fuck? Warum die AR rechts drin? Ähm, weil... Kurzes Tutorial, Leute. Ich hatte... Das hab ich mir von Kamo abgeguckt. Ich hatte vorher mein, äh... Mein Inventar so... Wenn du jetzt eine Wand replaced, ne? Mit, ähm, der Hake. Und ihr drückt R1, dann seid ihr erstmal auf der AR, wisst ihr? Und jetzt hab ich mein Inventar so... Es ist von der Reihenfolge quasi, wie es vorher war. Also, dass ich quasi R1 drücken... Wow. Aber jetzt ist das Gute, dass wenn ich eine Wand replacee, bin ich direkt auf der Shotgun. Ich muss da hinten pushen. Sorry, Leute. Hier ist noch ne Chest. Wow. Oh, ich komm hier nicht weg. Aua. Was hab ich hier getan? Oh. Oh. Aua, wie kommt man hier weg? Ach, Digga, halt die Fresse, Alter. Ach, Digga, halt's Maul. Er hat sich selbst zum Tanzen gebrochen. Hat er sich nicht ehrlich hochgebaut? Was? Wo? Wo ist er? Hilfe. 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 Alter, Scheißenreck, jetzt kann ich auch gehavysnipet werden. Er wollte gerade pflichten, der Ehre, man. Digga. Wieso läuft der von mir weg? Der hat sich doch die ganze Zeit drauf angelegt. Oh, ne, ne? Das sind zwei mit einer Heavy-Sniper. Wieso schießen die beide auf mich? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Digga. Leute, die wollen den Win echt. Spielst du mit Standard-Controller oder SCUF? Ich hab einen SCUF-Controller. Das ist ein ganz normaler Scaff Impact, aber nur mit, ach da hast du die Kamera, mit zwei Paddles, nicht mit vier, also Dreieck und, äh, ne, mit X und Kreis quasi. Die vier Leute, die hier gerade sind, die wollen den Win ja unbedingt. Der Turtel sich nicht ehrlich in die Zone, der meint's ja richtig ernst. Guckt es euch an, der Turtel in die Zone. Ja, was ist deren Auftrag? Die spielen ja richtig um die Ehre ihrer Mutter. Jungs, ich hab genug Mats, keine Sorge, ich kann das auch. Äh, der hat 140 FPS, natürlich spielt der auf PC, haha. Danke, meine Baby, dass mein Creator-Code drin ist. Wieso hab ich nur 130 FPS? Ich hab 240 eingestellt, hä? Ich spring dem jetzt einfach da rein, Alter. Ist mir scheißegal. Mal kurz das Laser-Aim ausgepackt. Guckt ihr ihn euch an, er ist es immer noch. Das ist immer noch der Heavy-Sniper-Tier von vorhin, oder? Das ist immer noch der Heavy-Sniper-Tier von vorhin. Oh.